Willkommen zur fünften Salzkammergut Nostalgia in Bachtolse an einem Hallstättersee. Wir sind sehr gespannt, was uns da heute erwartet. Wir sind das erste Mal bei der Salzkammergut Nostalgia. Auf was freue ich mich heute am allermeisten? Auf diese Vielfalt historischer Fahrzeuge, auf die Leute, die alle so eine Freude haben. Ein Freimänchen aus dem Vorn beim Schönwied in einer schönen Gegend. Es darf einfach auf das ganze Ambiente da in Grösern. Wunderschöne Fahrzeuge da. Es trifft sich als mögliche Autos, Motorräder von verschiedensten Epochen. Auf die wunderschöne Aussicht und dann ein gutes Bier. Das ist eine Triumph S350 von Bayer 1936 im Originalzustand, im Rostzustand so gefunden worden ist. Das ist eine Triumph S350 von Bayer 1936 im Originalzustand. Das ist eine Triumph S350 von Bayer 1937. Die erste große Ausfahrt der Salzkammergut Nostalgia beginnt. die arriverungen auf Covid breast�相信. Wunderschöne Fahrzeuge Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Für alle, die nicht an der Ausfahrt teilgenommen haben, gab es die Möglichkeit, mit einem guten alten Postbus zum Hallstädter See zu fahren. Zurück gekommen von der großen Ausfahrt, fuhren die Fahrzeuge noch eine Präsentationsrunde durch Bad Grösern. Mit dem Schwingen der Zielflagge signalisierte die Fahrtleitung dann das Ende einer fantastischen Ausfahrt und eines wunderschönen Tages. Wie war es? Wunderschön, es hat alles geklappt. Ich bin wirklich überrascht von meiner Mannschaft, die hat sehr gut gearbeitet. Es war eine wunderschöne fünfte Salzkammer-Gut-Nostalgia. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und natürlich auch bei meinen Helfern, bei den 50. Traumhaftes Fahrzeug da, es war einfach nur geil. Sehr gut, außergewöhnlich gut. Also man kann es gar nicht beschreiben, weil es so... Schön. Super war es, ein Traum. Wetter gut, Strecke, Führung super. Es war sensationell, viel schöner als erwartet. Und ich komme zwar oft in diese Gegend, aber die Streckenführung heute war so, dass ich wirklich Winkel gesehen habe, die ich in meinem Leben noch nie kennengelernt habe. Sensationell. Ich kann nur sagen, ein großes Lob an die Veranstaltung. Gerne wieder. Und jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil, lieber. Das war's hier, die fünfte Salzkammer-Gut-Nostalgia im Park Gosen am Hallstädtersee. 6.000 Kilometer sind wir bis Uhrweg gefahren, ohne der geringsten Bahne. Ja, wir haben uns einfach gebraut, weil das Auto zuverlässig ist.